Ich komme, ich komme! Nein! Wieder fast. Ist da jemand drauf? Ja, da ist jemand drauf. Ich glaube, der hat gewonnen. Wer ist denn da eigentlich drauf jetzt? FCB hat, glaube ich, schon wieder gewonnen. Das zweite Mal geschafft. Nee, das wird, glaube ich, nichts hier oben. Von unten. Bin drauf. Sky ist drauf. Okay, die beiden haben gewonnen. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Vielleicht noch ein Versuch hier? Wo ist die denn gerade? Warte. Ah, das schaffen wir auch noch. Pass auf. Oh. Ah, das ist gut. Ich kriege dich. Nein, wir sind nicht. Doch, siehst du doch. Pass auf. Wo ist denn die Bahn denn jetzt? Durch die Stadt? Oh, der Scheiße. Wer war das denn gerade hier? Sky? Nee. FCB. Oh, hier fährt die jetzt mal. Oder wo fährt die lang? Bin drauf gewesen. Okay. Anscheinend sind ja noch hinten drauf. Zwei waren drauf. Aber Sky hat die jetzt am längsten geschafft. Okay, da... Oh, oh, oh. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Da kommt die gleich wieder raus. Hopp. Nein. Ich bin gefangen. Ich bin gefangen. Nein. Nein. Gibt's da einen Ausgang auf der Seite? Ja, gut. Danke. So, weiter. Weiter. Hinterher. Ach, der ist schon wieder über alle Berge. Hier muss man lang. Ja. Krass. Ich bin ganz, ganz, ganz allein. Ja, ich sehe das schon. Von beiden. Wir kommen da irgendwie nicht mehr hin. Wir müssen die Hauptstraße nehmen da vorne. Nein. Aha, du kriegst mich ja doch nicht. Äh, ich schaff das nicht. Wo sind die denn eigentlich jetzt? Okay, hier lang. Und dann da vorne lang. Dann haben wir sie. Ein Gold. Okay. Das ist ziemlich schnell. Das schaffe ich schon. Mal ein bisschen Gas weggeben, wenn ich ramme. Das habe ich alles gelernt. Wie man Auto fährt. Ja, ein bisschen Gas weggeben immer. Und da kommen sie. Da kommen sie. Da sind sie. Irgendwo hier. Da unten sind sie. Wie soll ich da noch runterkommen? Ah, ich höre den schon. Suche ich mir die nächste. Fahr die geradeaus jetzt? Irgendwo fahren die dann geradeaus. Oder? Okay. Sky, gib mal mal ein paar Tipps. Okay. Rechts oder links? Geradeaus. Scheiße. Fährt er jetzt lang? Zwei sind drauf. Das sehe ich. Aber wo fahren sie lang? Oder ist was explodiert? Die fahren geradeaus, ne? Ne, die fahren so ein bisschen schräg. Ach, da. Da lang fahren sie. Da komme ich aber nicht lang. Was ist das denn? Da sind zwei drauf. Nein, wo lang muss ich denn jetzt? Ne, ich muss geradeaus. Komm, nicht vorbei. Ah, ich habe keine Scheiße gebaut. So. Da, da muss sie lang. Da lang. Da lang. Ein bisschen höher wieder. Hier ist ein Glitch. Bin drauf. Gut. Wir müssen auch drauf kommen. Ah, ja. Hier ist er wieder. Wunderbar. Awesome. 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 So. Kommen wir da jetzt ganz drauf. Das schaffen wir doch, oder? Entschuldigung, dass ich euch range. Aber hier war es zu eng. Okay. Okay. Ne, wir fangen doch gerade aus. Ja, auf der Straße im Gleisen. So, wir müssten gleich irgendwo ankommen. Vielleicht eine Rampe oder sowas. Mitten durch die Stadt. Wovor der eine Runde geschafft hat, müssen wir es schaffen. Oh, hier ist es dunkel. Ich habe kein Licht. Ich habe Angst. Oh, hier ist wieder Licht. Such mal eine Stelle, wo es perfekt ist. Hier war mal einer eingreist. Ich finde die Stelle. Ich kriege dich. Nein, küsst du nicht. Ich kenne die Tricks. Hier ist gut. Nein. Ich bin gut. So. Die Stelle muss perfekt sein. Dann kriege ich dich. Nein. Doch. Wo ist er denn jetzt? Leute. Wo ist die Bahn? Wo ist die Bahn? Wenn man sie braucht. Immer versteht sich die Bahn. Mann. Ja. Okay. Schaffe ich das oder nicht? Ey, dann feiere ich das. Aus dem Weg jetzt. Nein. Nein. Der lacht sich bestimmt einen ab, dass ich es nicht geschafft habe. Böse, böse Sky. Ich komme da noch drauf. Okay, der Tunnel wird lang. Ich hoffe, der Ausgang ist besser. Oh, oh. Nein. Das ist noch nicht so schön hier. Oder doch? Nee, da kommen wir nicht hoch. Rechtsseitig. Weiter. Wofür er die eine Runde gemacht hat, der Zug? Schauen wir mal. Was ist denn hier? Komm nicht durch. Komm nicht weg. Ah, wie finde ich hier meine Stimme? Besser, wa? Besser als die ersten 14 Folgen. Ich glaube, das hat auch wieder so 14 bis 20 Folgen. Die Staffelserie. Sag ich mal so einfach. So. Jetzt muss ich es aber schaffen. Ich will eigentlich wieder eine Niederlage haben. Ich glaube, da bekommt man ja Hunger. Wenn man es dann schafft. Okay. Ja. Ähm. Wo fährt der lang? Wo fährt der lang? Oben oder unten? Untertitelung des ZDF, 2020